Hallihallo Leute, weiter geht's mit Call of Duty 2 und weiter mit der amerikanischen Kommande. Der Hügel. 7. Dezember 1944. Alliierte Einheiten überqueren die Grenze zwischen Bälien und Deutschland. Sie treffen auf schweren Widerstand nahe Bergstein. Bei der kleinen Stadt liegt ein Hügel, der den Deutschen einen optimalen Überblick über sämtliche Einheiten in allen Richtungen verschafft. 8. Vernichtende Artillerieschläge, die von hier koordiniert werden, sorgen für unzählige Verluste bei den Alliierten. Das zweite US-Ranger-Bataillon bereitet sich auf die Einnahme des Hügels vor, um den Deutschen ihren Vorteil zu nehmen. Okay. Wir dauern anscheinend keine leichte Mission. Und nicht besonders schnell. Okay. Wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber es ist schon 6. Dezember 1944. Also in 6 Monaten sagt Goodbye Onkel Adolf. Und los geht's. Das Bataillon will, dass wir uns ab morgen Abend oben auf dem Hügel den Arsch abfrieren. Vorher vertreiben wir die Deutschen aus dem kleinen Ort. Gehen wir! Okay, kommen wir mit. Okay. Also ich will wieder als Corporal Taylor, glaube ich. Und aus dem wollte ich eigentlich auch spielen. Ich hasse es, wenn man im Spiel selbst dann auf einmal den ganz anders spielt. Weil man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich gerade spielt. Neben dem Fensterchen. Ist das ein Franke oder was? Boah, ich guck voll auf den Sack gerade. Mann. Ey, ich steh auf und hab schon wieder alles Pressgranaten oder sonst irgendwas. Okay. Ey, wieso trifft er mich? Ey, was im Teufel? What the fuck? Wie trifft er mich? Jetzt versuchen wir es mal aus einer anderen Position. Okay, die MG, äh, MG habe ich auf jeden Fall schon mal. Wieso habe ich das Gefühl, dass es ihn nicht getötet hat? Russische? Gibt's da einen Unterschied? Okay, nehmen wir die MP40. Bam. Bam. Okay. Ist hier noch einer? Noch? Okay. So, dann gehen wir wieder runter. Whee! So. Jetzt ist da jemand. Hallo. Hier geht's irgendwo voll ab. Hier geht's irgendwo voll ab. So, vorne haben wir jetzt das Haus. Oh, verdammt. Okay, jetzt dürfte es ruhig sein. Ich schaue nochmal nach. Da ist noch einer gewesen. Das war sie aber auch schon. Warte mal, hier muss ich irgendwas machen. Boom. So, hier ist noch was. Jetzt oben. Ich komme nicht vorbei. Ich komme nicht vorbei. Tür, nein. Aber, ein Punkt habe ich schon mal. Hä? Ach da. Hier muss noch jemand drin sein, anscheinend. Heps. Okay. Drup 1. Kehre ich bestimmt dazu. Wups. Hallo. Sergeant Randall. Was geht ab? Die Straße ist dicht. Wir müssen jetzt nach Osten. Und los. Okay. 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 Ich habe dir einen schnellen Tod verschafft. Ist das nicht toll? Okay. Hier ist schon mal alles sauber. Können wir gleich ins nächste Haus. Brennen. Aua. Gegen diese kommunistischen Stellung. Wir sind zwar keine Nazis, ne? Äh. Wir sind in jedem Fall keine Russen. Was die für Lügen verbreiten. Ist ja nicht mehr feierlich. Okay. Okay. die mörsern nordwesten ist das eigentlich sind meine kolleginnen kollegen packen die oder so ist das wusch sein ich gerne mal vor hier geht es gar nicht durch sie kommen naja mir ist ja was nicht sehr viel also weiter dadurch wie der ganz chillig hingeht und dann boom okay ob der fach die heilige scheiße ok hier ist alles sauber wie ich dann den zweiten stock kommen könnte ach da jetzt weiß ich es auf jeden fall wir sind alles sauber zu sein sauber ja 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 das ist wirklich Okay. Na, so Teams habe ich schon, oder wie? What the fuck? Die haben sich selbst in die Luft gesprengt. Was für Vollidioten. Ach, die haben eine Granate überingeschmissen. Sag doch. Ah, den Rest sicher noch nicht, oder wie? Das ist jetzt auch Vögel, ey. Aua. Das sind ja Vögel. Mörser. Ja, wie soll ich denn das machen? Mach doch da auf, bitte. Okay. 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 Ja. Sterbt ihr kleinen Pisser. Ah, fuck. Ich darf mich da nicht so schnell wegbewegen von der Seite. Hm. Was? Bist du mich vor verarschen? Ich muss wieder hier von hier aus anfangen. Hallo. Das sind solche lappenhaften Schwänze. Das ist ja Hammer. Mach doch mir die Scheiß mal Tür auf. Dankeschön. Private Smith. Mach mal auf hier. Komm. Arschloch. Was ein Hilfsschütze ist, weiß ich auch nicht. Der schießt auch mal. Nehmt zwischendurch mal hin, oder wie. Was man das hier, finde ich, kann, weiß ich auch nicht. Bringt mir ja rein, gar nichts. Ach, das ist ein Gegner. Sag doch. Sagston meine Mates. Okay. Okay. Ich komme hier nicht rüber, ich muss hier runter gehen. Hat ein Kackmüll. Okay, Leute. Wir kramen uns jetzt ein und warten auf den Rest der Kompanie. Okay. Vorsicht vor Gegenangriffen. Der Hügel nördlich ist voller Deutscher. Morgen früh gehen wir da hinauf und schalten sie aus. Okay. Ich will das Kaliber 30 hier drüben haben. Stellen Sie wachen an der Kursung auf. Durchsucht die Typen, er redet vor uns. Mach die Flanke dicht. Private, überprüfen wir die Stadt. Ja genau. Überprüfen wir die Stadt. Genau. Also danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder, würde ich mal sehen. Würde ich mal sehen. Genau. Bis dann. Ciao.